Musik Rund 120 Kinder verbringen ihre Sommerferien derzeit unter anderem im Lustenauer Ferienheim Oberbildstein. Für Spaß und Unterhaltung ist hier gesorgt. Ob Gärtchen und Hütten im Wald bauen, basteln oder Fußball spielen, für jeden und jede ist etwas mit dabei. Ein ganz großes Highlight gab es bei strahlendem Sonnenschein diesen Dienstag zu erleben. Ja, das ist die Wasserrutsche. Dort lebt man eine Folie vom Spielplatz an bis zum Fußballplatz an. Das sind ungefähr 30 Meter. Dann wird Wasser rufig gelaufen und dann gleich wir saufen. Dann können Kinder in die Badhose auch herrutschen. Das ist eigentlich jedes Jahr das Highlight. Auf das Wartenkind. Wir hätten nie verletzt, dass uns freiwillig ist. Wenn das freiwillig ist, schmiert es nicht zu groß. Voller Schmerzen ist für manche da eher das Fernbleiben von zu Hause. Obwohl, bei solch einem vielfältigen Freizeitangebot kommt kaum Heimweh auf. Bei gutem Wetter sind es viel im Wald. Man tut Bastlerhaus, wir haben da Wasserrutschen und einen großen Fußballplatz. Das sind so die Sachen, die es tun können. Also tun sie einen Großteil selber beschäftigen. 18 Erwachsene an der Zahl kümmern sich um die Kinder, um die Sauberkeit im Haus und natürlich auch um das Essen. Von Kässpätzle, Buchteln, über Schnitzel bis hin zum Hackbraten. Alles ist frisch und wird von den Köchinnen selbst zubereitet. Und auch das Naschen kommt nicht zu kurz. Die Kinder bringen die Süßigkeit damit, die werden die nicht abgefasst, die haben sie ab. Und kann es alle zwei Tage kippen, in einer Kleine, damit sie alle vier zu Tagen haben. Spiel und Spaß, leckeres Essen und neue Freunde, also auch im dritten Turnus im Ferienheim Oberbildstein. Und was gefällt jetzt in diesen zwei Wochen besonders? Ja, man lernt immer neue Leute kennen und es ist immer voll lustig eigentlich. Eine von meiner Klasse hat mal gesehen, da haben wir es so cool. Dann bin ich halt raufgekommen und dann habe ich gleich ein paar Kollegen gefunden. Und jetzt bin ich halt das dritte Mal rumgekommen. Meine Mama war früher auch schon da und die hat uns das halt auch geraten. Ja, es macht einfach Spaß. Ja, mit der Freundin halt so zusammen, sie tischte eine Spieler, Fußballspieler. Schöne Mordler sind auch bei Rama. Da kann man es einfach fein haben, man lernt Leute kennen. Und es ist einfach lustig.